Wir wissen gerade in L.A. ist es gerade mega krass hier zieht euch mal warte mal zieht euch mal das rein der ist auch wieder am stüssel ja das ist jetzt so so ein kleines zwischenteil halt also ich werde jetzt kein großes video draus machen weil ich werde ja noch bin ja habe ja noch ein L.A. Wochenende und da will ich einen großen blog draus machen aber hier wollte ich jetzt noch mal schnell zeigen einfach dass ich in L.A. bin und hier ist was ist das nochmal ich muss vergessen irgendwas irgendwas mit in hier spielt die glaube ich die Mannschaft von L.A. Basketball ich weiß es nicht ich kenne mich mit Basketball gar nicht aus hier ich weiß es nicht wir sehen uns ich kenne die meisten gar nicht es ist so krass die design ist voll cool Fitzgerald habe ich schon mal irgendwo gehört ich weiß aber nicht wo 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 wo's Elias Ich will hier irgendjemanden kennen, aber ich kenne hier niemanden. Ich melde mich, wenn ich jemanden kenne und es Hollywood sein sehe. Bis dann! Erstmal hier bei Starbucks gewesen und so Double Chocolate Chip Frappuccino gegönnt. Benti, so geil, immer nur das. Ich liebe das, nur am Gönnen. Haut rein, ciao! Juuuh, Leute, wir sind gerade diese Treppe, also ne, wir sind nicht die Treppe hochgegangen, wir sind mit dem Aufzug den fünften Stock weggefahren, weil hier ist irgendwie so, kann man so auf das Hollywood-Zein gucken und dann wollten wir hochfahren. Jetzt sind wir oben angekommen, mal habe ich so Bilder gemacht, ne, und er hier hat geflockt und dann kam so ein Sicherheitstypi, ne, er meinte so, ja, hier darf nicht gefilmt werden und auch nicht fotografiert werden, hat er uns so voll angemacht. Wir durften eigentlich gar nicht da oben sein, dann sind wir so schnell runtergerannt und dann war da auch abgesperrt und so. Das war so krank! Das war mega geil, jetzt sind wir erstmal abgehauen und wir sehen uns, tschö! Digga, weg damit, weg damit! Juu, was geht ab? Wir fahren jetzt gleich wieder zurück und das war es auch mehr oder weniger vom Video. Auf jeden Fall haben wir da gerade so einen Typen gesehen, das war voll geil. Wir hatten so ein Schild so bei sich und da stand so drauf Fuck Trump, give me a dollar Und wir so yes, yes Das war richtig cool Abonniert alle Zivilkasse-Apfb Ja, in der Beschreibung verlinkt Wir sehen uns heute und tschö